Bei meinen letzten Aufenthalten auf Lanzarote habe ich angefangen, diese runden, schwarzen, glatten, großen Kiesel zu bemalen, die man dort an einigen Stränden findet. Das sind wunderschöne Steine, richtige Handschmeichler. Also schon die anzufassen, ist wirklich ein Vergnügen. Und ja, für mich war dann die Idee eigentlich naheliegend, darauf etwas zu malen. Und so habe ich dann für mich selber diese Technik entwickelt, mit den kleinen bunten Punkten Tiere oder manchmal auch einfach nur Muster auf diese Steine zu malen und sie in schöne Objekte, in Kunst, also ja, fast schon Kunstobjekte zu verwandeln. Deshalb macht das eben auch eine Figur in Neujahr, nämlich die Mutter der Hauptperson Henning. Und deshalb spielen diese Steine eben auch in der Geschichte eine ganz zentrale Rolle und einer findet sich auf dem Cover.